So, kommst du, Livia? Oh, warte, die Tür. Ich helfe dir. Komm. Also, einen wunderschönen guten Morgen aus Ungarn. Ihr dürft gratulieren. Wir feiern heute Geburtstag. Calvino ist zwölf heute geworden. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Ja, und wir bringen gerade die Valencia-Uhr aufs Trampolin. Denn hier wird jetzt eine Hüpf-Party veranstaltet. Das Trampolin wird ja heute auch abgebaut, weil wir übermorgen abreisen nach Kroatien. Und dann wollten wir das heute nochmal maximal ausnutzen mit den Kindern hier, das Trampolin. Deswegen wird jetzt sämtlicher weicher Hüpf-Stuff, so Kissen, alles da drauf gehauen. Ja, Livia, super. Pass auf. Gib mal her, die Tüte. So. Dann können die Kinder hier, es ist trocken heute im Laufe des Tages, immer wieder hüpfen und alles schmeißen. Und ja, es wird heute weitergehen mit Packen und das Haus vorbereiten für die Abreise. Ja, ich heb dich jetzt da drauf. Warte. Komm her. Alle, hopp. Ja, ich bin auch hier. Hopp, hopp. Genau. Viele von euch haben das ja mitbekommen, dass wir Matratzen bekommen haben neu. Das war ja echt eine lange Geschichte. Das ging ja nicht so einfach. Matratzen waren da, sondern wir hatten ja Lieferprobleme und so. Wir haben die jetzt beide mittlerweile da. Alles ist gut gegangen und wir schlafen schon seit zwei Wochen oder so da drauf. Ich habe aber, wie ich die ausgepackt habe, wie wir das bezogen haben und ausprobiert haben, alles für euch gefilmt. Und ich blende euch das jetzt mal ein, weil ich weiß, viele interessiert das, was wir uns für Matratzen ausgesucht haben und wie wir darauf schlafen. Das erzählt der Bernd euch dann nachher nochmal. Also ich schlafe super da drauf, kann ich sagen. Und genau, ich blende es euch einfach mal ein und danach geht es weiter mit dem Daily Vlog. Ich zeige euch jetzt mal was. Viele haben bestimmt mitbekommen, dass wir eine Matratze bestellt haben. Zwei eigentlich, weil wir haben ja ein Familienbett, ne? 2,80 Meter mal 2 Meter. Wir brauchen zwei 1,40 x 2 Meter Matratzen, weil hier haben wir jetzt so No-Name-Dinger, aber ja, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir wollten was vernünftigeres. Jetzt haben wir uns so Federkern-Matratzen mit Memory-Schaum bestellt bei Sweet Night Matratzen. Und es ist ein 40-Kilo-Paket gekommen. Ich zeige es euch mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Matratze 40 Kilo ist. Ich vermute, hier sind beide drin. Ich packe das jetzt einfach mal mit euch aus. Und dann gucken wir mal, ob es eine ist oder zwei. Ich hoffe, es sind beide drin. Also hier gab es so ein Ding dabei, voll gut. Die haben gezeigt. Ich zeige euch das mal. Passend für alle Schlafpositionen. Tada! Und egal, ob du schwanger bist oder nicht. So, dann haben die gemacht. Ach so, hier wegen der Härte. Da wusste ich jetzt auch nicht. Also mit H1, H2 und so. Die haben hier eine Tabelle dabei. Ich mache euch mal den Amazon-Link unten rein. Da könnt ihr selber auch nachschauen. Das ist halt nach Kilo, dieses H1, H2 und Größe. Deswegen, wir haben jetzt eine Mittelharte genommen, weil ich mit Livia ein bisschen leichter bin als Bernd. Und es steht auch nicht drauf irgendwie, dass es jetzt zum Beispiel die Harte ist oder die Mittlere. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es sind beide. Was ist nicht enthalten? Ach so, Garantie. Zehn Jahre Abkaufdatum, aber natürlich nicht Blut, Tränen, Flecken oder sowas. Ja, die haben auch sowas dabei hier, damit man das aufschneiden kann. Denn, man will ja nicht die Matratze aufritzen. Schauen wir mal, wie das jetzt hier funktioniert. Wie die das verpacken, ey. Wahnsinn. Dass das so bleibt, ne. Und wenn das beide sind, man soll da drei Tage, soll man die liegen lassen, bis die ihre optimale Form entwickelt haben, bis sie richtig aufgegangen sind. Dafür haben wir ja gar nicht hier den Platz. Jetzt springt die gleich hoch auf den Fernseher. Okay, ich glaube, das ist echt nur eine. Gibt's ja nicht. Weil das ist so, die sind 25 Zentimeter dick. Und da sieht man jetzt die Federkern-Dinger. Ist jetzt aber die Unterseite. Aber willst du die umdrehen? Du bist stärker. Ja. Dann mach ich besser. Pass auf, das Regal! Hier ist das Messer dafür. Musst du nur direkt weg tun, weil wenn Libia das in die Finger kriegt, hat das drauf. Ich hoffe. Erst einmal meine Matratze bei dir draufgelegt. Achso. Und die dann da rein, weil ich so. Achso, ich dachte, weil die drei Tage auslüften muss. Ja, die würde über die Arme draufschlafen. Okay. Das hat jetzt gerade hier drin richtig gepoppt, die ganzen Federn. Die sind reingesprungen, ne. Und sagt, der Bernd, so hat sich sein Rücken morgens immer angehört. Und wie ihr sehen könnt, die zweite Matratze ist eingetroffen. Es hat etwas länger gedauert. Es war so, wir haben dann die eine Matratze ausprobiert. Bernd war super zufrieden damit. Und ich war so semi-zufrieden, weil ich hatte dann die beiden alten übereinander. Ach, das war wirklich nicht so angenehm. Wir haben einen Verkäufer kontaktiert und die waren wirklich sehr, sehr bemüht. Das Logistikunternehmen hatte dann halt gesagt, ja, die können uns nicht finden hier in Ungarn. Was ja total unlogisch ist, weil eine Matratze haben wir ja bekommen. Und ich drehe mal eben die Kamera um. So, dann seht ihr mich auch. Sorry, ich bin noch nicht lange wach. Wir reisen schon bald wieder morgen, übermorgen ab aus Ungarn. Und ich muss das Bett nochmal frisch beziehen. Deswegen nutze ich die Gelegenheit, euch die Matratzen zu zeigen. Ja, jedenfalls, das Logistikunternehmen hat dann wirklich, wir haben gar nicht mehr daran geglaubt, dass wir das kriegen. Das hat jetzt über zwei Wochen länger gedauert, diese zweite Matratze zu bekommen. Aber am Ende hat es geklappt und die Verkäufer waren so, so bemüht. Wir haben mittlerweile hinterher schon per WhatsApp geschrieben. Weil die hatten dann Kontakt mit dem Logistikunternehmen. Und dann so, ja, die kommen, sag ich mal, Freitag, seid ihr zu Hause? Ja, kamen die nicht seit ihr Samstag zu Hause? Ja, aber die kamen wieder nicht. Und so, aber dann am Ende. Ende gut, alles gut. Während hat er schon von Anfang an gesagt, er hat keine Rückenschmerzen mehr, seitdem er diese Matratze hat. Und ich, ich hatte nie so wirklich Rückenschmerzen, aber ich schlafe trotzdem darauf wesentlich besser. Diese günstigen Matratzen, die wir hatten, die waren halt so mega weich. Da ist man so richtig drin versunken. Und hier ist halt Federkern mit Memory-Schaum. Das ist wirklich, ja, also in unserem Alter kann man sich das schon mal gönnen. Das ist wirklich angenehm. Das Einzige, was ist, weil wir haben ja einmal härter für Bernd und weicher für mich, dass die einen Größenunterschied haben. Diese ist eigentlich höher vom Bernd. Ich habe jetzt hier unter meine, gerade eben, haben wir den Matratzentopper drunter gemacht, den alten. Und ich denke mal, das wird sich noch ein bisschen flach liegen. Dann haben wir eine Ebene. Genau, also den Link von diesen Matratzen packe ich euch in die Infobox. Da könnt ihr einfach mal nachschauen, falls ihr auch neue Matratzen braucht. Ich fand das super schwer, den Matratzen-Dschungel. Und deswegen hatten wir damals diese günstigen gekauft, wo wir ja drin geschlafen haben. Weil, ja, sind wir ehrlich, Matratzen sind super teuer. Und ich hatte niemanden, der mir ein Rat gibt, welche denn gemütlich sind. Und ich wusste auch nicht, Memory-Schaum oder Federkern oder dies und das, was auch immer es da alles gibt. Und damit wir nicht so viel Geld in den Sand setzen, haben wir uns für günstiger entschieden. Die finde ich gemütlich. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, diese Einblendung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Dann gucke ich, ob ich die beantworten kann zu den Matratzen. Wir sehen gerade die Schwalben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht auf der Kamera. Die Schwalben fliegen ganz tief. Heißt das nicht, es gibt Regen oder Gewitter? Das wäre doof. Ja, bum bum. Dann kommt der Donner, ne? Bumm, bum. Totung. Totung. Und der Blitz. Tschu. 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 Wir wollen nämlich ja den Wohnwagen auch ein bisschen beladen heute. Totung. Totung macht der Blitz, ne? Und wie macht der Donner? Bumm, bum bum. Bumm, bum, 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 ne? Und Regen kommt dann auch. Prasselt der Regen. Ja. Ja. Aber erstmal sieht es ja noch schön aus, das Wetter. Calvino, heißt das nicht, wenn Schwalben tief fliegen, kommt Regen oder Gewitter? Was? Wenn Schwalben tief fliegen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier sammeln wir jetzt schon seit ein paar Tagen unsere Vorräte, die wir mitnehmen von hier auf die Reise. Denn in diesen großen Postkisten, sowas könnt ihr bei Ebay Kleinanzeigen gut finden, da werden ausrangierte Postkisten verkauft. Deswegen haben wir diese großen mit Deckel und hier diese kleinen, die sind super zum Transportieren. Denn wir müssen immer aufs Gewicht achten im Wohnwagen. Und deswegen wird sowas alles im Auto transportiert. Und wir reisen ja hier aus Ungarn ab, fahren erstmal zu einem Campingplatz, wo ist das? Zagreb? Zagreb. Hauptstadt von Kroatien. Und dann fahren wir erstmal noch eine Familie besuchen. Das heißt, das bleibt erstmal alles im Kofferraum. Und erst wenn wir angekommen sind an unserem Campingplatz, wo wir dann für ein paar Wochen stehen bleiben, dann räumen wir das alles in den Wohnwagen. Brauchen wir das in den ersten vier Tagen? Nein, können wir auch hier lassen, Milch. Wir gehen ja dann eh einkaufen. Ja, aber dann brauchen wir das nicht kaufen. Achso, ja, dann nimm mit. Also für das Blick dann. Ja, wir nehmen ja Kornflakes auch mit. Salat und sowas, die ersten Stops. Wieso nicht? Warum nicht? Ja, dann würde ich aber vielleicht hier schon abschütten und waschen, dass wir das dann schon... Und die können wir dann von da, dann haben wir erstmal Kettengewohnen. Mehl. Zum Beispiel, ja wir machen ja Pizza, Pfannenpizza im Wohnwagen für alle. Wir fahren ja wie gesagt zu einer Familie zu Besuch und das ist immer so ein Highlight. Wir machen ja Büros, haben wir gesagt, Krautalat und Zwiebeln. Ja stimmt, aber es ist trotzdem immer ein Highlight, wenn andere dabei sind, dass wir für alle Pfannenpizza machen im Wohnwagen. Ja, das ist immer ein Hit. Wenn wir Müsli essen, hätte ich das gerne im Wohnwagen. Ja, ist ja kein Problem. So, heute ist irgendwie mit Vloggen nicht so viel. Ich habe hier schon im Wohnwagen weiter eingeräumt und filme das separat in einem Video für euch, weil viele immer das interessiert. Genau, ich habe unsere Bettdecken, die neuen, frisch bezogen und so. Die sind so geil von Simple Sleep. Boah, ich bin so begeistert. Ich erzähle euch das alles in dem Wohnwagen-Video. Wenn ihr Decken und Kissen neue braucht, guckt euch das an. So, jetzt gibt es aber Essen. Bernd hat Pizza gemacht, deswegen unterbreche ich jetzt hier alles und gehe erst mal futtern. So, den Wohnwagen abschließen. Ich habe richtig Hunger jetzt. Wir haben Müsli gegessen heute Morgen. Da waren die Decken drin und Kissen. Die waren so schön verpackt und so hochwertige Dinger. Ich weiß nicht, ob wir die benutzen noch. Deswegen nehme ich die mit. Das ist auch sehr warm und schön heute, da die Geburtstagsparty ist noch auf dem Trampolin. Ich kann den ganzen Tag da bleiben, weil es warm ist. Also es ist noch kein Regen bis jetzt in Sicht. So, wow. Danke für Essen. Pizza, Pizza. Kalzone. Oliven hast du reingemacht? Nein, vergessen. Ah, okay. Soll ich auf den Tisch stellen? Kräuter, Butter, alles schon, danke. Was hast du am Auge? Wo? Ich dachte Salbe, andere Seite. Ich wollte euch eben was zeigen. Ich muss eh noch auf meine Pizza warten. Viele haben das mitbekommen, dass wir in Graz waren. Wir haben für Calvino ja mal da eine Jacke im Red Bull Shop geholt. Die war relativ teuer. Und dann ging der Reißverschluss fast. Also der ging nicht mehr. Und dann waren wir in Graz und wollten das halt irgendwie reparieren lassen oder umtauschen. Diese Jacke ist das. Und dann war aber der zuständige Bearbeiter nicht da. Und Graz, da fahren wir jetzt auch nicht mal eben so hin hier von Oma. Das Livia war. Sorry, ein bisschen Zeit ist vergangen. Livia ist wach geworden. Da haben wir jetzt erst gegessen. Ich gucke mal, wie die Küche jetzt aussieht. Pizza, Pizza Backstube. Jedenfalls wollte ich euch erzählen, dass ich den Reißverschluss jetzt mit Kerzenwachs eingerieben habe. Und er geht immer noch schwer, aber er geht. Der ging ja wirklich fast gar nicht. Man hatte gedacht, man muss die Jacke zerreißen, um die aufzukriegen. Das ist nämlich super, weil wir nehmen alle so leichte Jacken mit nach Kroatien. Man weiß ja nicht genau, wie das Wetter wird, ne? Sei doch nicht so schreckhaft. Ja! Komm mal hier hin, verstehst kein Wort. Bitte? Ja. Mach' ich. Was ist denn da? Ich bin schon mal. So. Du hast einen Scherzschlugschwein draußen? Bitte? Du hast hier dann ein Schrein draußen. Weil ich die Wasserspritzflaschen weggegeben habe, die alle leer spritzen sollte. So, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Ich habe jetzt noch einen Wäschekorb mit Sachen für den Wohnwagen, weil der Bernd haut nachher ab. Der muss ja zum Tierarzt mit dem Smurfy, der wird ja geimpft heute. Nur Tollwut machen wir, damit wir halt fürs Reisen brauchen wir das, wenn wir über die Grenzen fahren und das will mal einer sehen. Deswegen machen wir die Tollwut-Impfung. Und ich habe ja dann nachher die Livia hier. Und dann ist das alles, es geht zwar dann auch alles mit dem Packen und so, aber es dauert halt alles sehr viel länger. Deswegen mache ich das ganz gerne, wenn die hier sind. Calvino fährt nachher auch mit nach Salaj Egersek oder das ist außerhalb der Tierarzt. Der wollte gerne mitfahren. So, unsere Mini-Wärmflasche immer auf Reisen. Genau, heute, ach diesen Urlaub, habe ich gedacht, nehmen wir das mal mit. Fand ich mal als kleine Abwechslung. So, weil wir ja nicht wissen, wie das Winter ist und das ist so ein bisschen farblich, ganz schön und Smurfy liegt da drauf. Ja, fand ich ganz süß. Da nehmen wir alle unsere Jacken mit. Die Softshell-Jacken. So. So. Upsa. Zack. Frühmorgens oder spätabends nochmal spazieren gehen. Man weiß ja nie, Bernd nimmt immer sein Hütchen mit. Hier diese Kappe. Fing ja irgendwann an, dass er das mag. Also ich finde das eigentlich ganz schön, wenn er einen Hut trägt. Ich mag das. So und das hier sind Livias Sachen. Die packe ich auch schon mal ein. Wir haben jetzt diese neuen Einlegeböden. Richtig cool. Dann habe ich zwei Etagen auch bei Livia. Kann ich das jetzt mal ausprobieren. So, ich habe jetzt auch nicht zu viele Sachen genommen, weil da auf dem Campingplatz, wo wir sind, da waschen wir auch. Als wir anfingen mit diesem Camping und Reisen, da war ich immer zu geizig für die Waschmaschinen, weil das kostet dann 5 Euro oder so auf dem Campingplatz. Dazu muss ich sagen, das war ja so am ganz, ganz am Anfang von unserem Auswandern. Wir haben ja in Deutschland ein Ladenlokal gehabt, hatten dadurch regelmäßige Einnahmen, die dann weggefallen sind. Wir hatten zwar immer noch regelmäßige Einnahmen, aber trotzdem sind ja die Einnahmen, viele Einnahmen auch weggefallen. Und deswegen war ich dann einfach zu geizig, 5 Euro für eine Waschmaschine auszugeben. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, an diesen Lebensstil. Ich habe nicht mehr so, das war halt erstmal wirklich so, oh mein Gott, diese großen Einnahmen sind weg jetzt. Die fallen weg, die fallen weg, die sind weg. Kindergeld weg, das Geschäft weg. Da habe ich auch erstmal, ja, das heißt nicht zu kämpfen gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Aber ja, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und deswegen habe ich halt an solchen Sachen gespart. Und mittlerweile weiß ich, das Geld fließt, Geld kommt immer, alles ist gut. Und dann kann man sich auch mal für 5 Euro eine Maschine Wäsche gönnen. Und deswegen muss ich nicht so viele Sachen mitnehmen. Außer für Livia habe ich zwei so Flauschjacken und die Softshell Jacke. Weil sie natürlich auch mal ein Eis oder so ist. Und dann ist das versaut. Deswegen, für sie waschen wir natürlich öfter. Kinder sind auf dem Trampolin, deswegen nicht wundern, dass es so laut ist. Der Nachbar hört Musik. So, guck, ist wieder ein Korb weg. Und jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee. Und dann muss ich euch nämlich noch was erzählen. Bernd hat jetzt Kaffee gemacht, hat die Küche aufgeräumt. Trinken wir zusammen Kaffee. Und dann fährt er, glaube ich, auch schon los mit Casino nach Salaegaseck. Heute Nacht ist nämlich, oder spätabends was. Ich habe Story, lustige Geschichte zu erzählen mit Smurphy wieder. Ich weiß, einige finden das immer lustig und lachen sich schlapp. Päuschen. Genau, also was ist gestern Abend passiert? Ich, was? Ja. 60 Stück zu 35 Euro. Ja. Dann stelle ich jetzt zwei Kartons. Was kostet dann eine Jumjum? 7,50, 58 Cent. Ja. Also, es war so. Wir lagen alle im Bett. Ich habe gemerkt, Smurphy steht auf. Und ich wusste, der sucht Wasser, weil der hat Knochen gestern Abend ganz lange gekaut. Der hat Durst. Und ich so, boah, habe ich ihm noch frisches Wasser gegeben? Weil ich war mir ziemlich sicher, hatte ich ihm noch mal gegeben vor dem Schlafen gehen. Das steht ja immer in der Dusche. Und dann habe ich gehört, wie er gefühlt 10 Minuten getrunken hat. Okay, dann war ich halt wieder so, ich war schon am Einschlafen. Dann war ich wieder angeweckt und dann habe ich gehört, wie er an der Tür stand. Okay, bin ich aufgestanden. Habe ihn rausgelassen und habe gemerkt, es ist richtig am Plästern. Es hat richtig so geprasselt. Habe ich ihn rausgelassen und dann habe ich Handtücher rausgesucht und ein Bodentuch. Weil ich ja dachte, wenn der dann gleich reinkommt, dann ist der klatsche klatsche nass. Dann muss ich ihn trocken rubbeln und so. Ja, okay, dann habe ich das alles vorbereitet, dass wenn der reinkommt, dann war er immer noch nicht da. Ja gut, dann mache ich mir einen Toast, dann habe ich mir einen Toast getoastet. Und dann habe ich mir den in Ruhe belegt, in Ruhe gegessen, Smurfi immer noch nicht da. Also wirklich Viertelstunde oder so war der draußen. Ich so, boah, klasse, jetzt ist der richtig triefend nass und matschig, weil der wälzt sich ja auch. Dann wollte ich aber ins Bett, weil ich war ja wie gesagt, es war, ich weiß nicht, 0 Uhr oder so. Dann mache ich so die Tür auf und rufe ganz laut, Smurfi, hier. Weil ich dachte, der ist am Arsch der Welt hier auf unserem Grundstück. Ja. Ich komme sofort, Livia, einen Moment. Kalle, die macht das Ding auf, Reißverschluss auf. Ja, und wer kommt dann? Ich habe ihn halt gerufen und dann kommt er richtig schlaftrunken um die Ecke. Furztrocken. Da hat er sich nämlich einfach nur hier hingelegt. Guck mal, hier. In seine Flocke unterm Tisch. Hat schön hier draußen geschlafen, er war voll verbimmelt und verpennt dann. Der hat bis morgens hier gelesen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das war ja auch nicht kalt. Jetzt ist Papa wieder doof. Smurfi ist da drauf, ne? Auf der Tasse. Heiß ist das. Hot, hot, hot. Soll ich nochmal neu tapen? Kann ich machen. Die Hake und mach das, ja, mit dem... Was ist hier los? Komm mal her, ich hebe dich mal da rein zum Daddy Gong. Wollen wir ein Video gucken? Wollen wir einen Film gucken? So, und ich mache jetzt eben... Wo ist die Hake? Ist die in Schuppen wieder, ne? Wir wollten ja Gras am See sehen oder säen, aus Saat säen, bevor wir nach Kroatien fahren. Und dafür brauche ich mal eben hier die Hake, weil da muss ich den Berg noch ein bisschen begradigen vor dem Eingang, meine Güte. Ich habe es heute nicht so mit der Sprache. Wir haben auch gerade, habe ich eine E-Mail geschrieben, da habe ich Bohr geschrieben. Da hat der Bernd mich ausgelacht. Bohr. Ich bin ausgelacht, ne? Nein, du hast mich ausgelacht, weil ich Bohr in der E-Mail geschrieben habe. Ich dachte, ich lockere das alles ein bisschen auf, bevor wir hier einsehen. Oder meint ihr, das ist egal? Das und da vorne am Eingang auch. Der Berg, der muss erstmal weggebergt werden, hier. Da Isa, den mache ich jetzt mal weg. So, hier habe ich jetzt mit Gravino plattgemacht und da und da wird eingesät. Und da hinten, wo der Papa in der Hängematte ist, auch alles. Genau. Du, dafür hast du Kohle, hält es mich aus. Ja, keiner muss das hier halten. So, jedenfalls haben wir hier feinste Grassamen, fünf Kilo für 200 Quadratmeter. Und wir mischen das jetzt mit Sand. Habe ich mal gehört, so soll man das machen, damit man nicht zu viele Samen auf einen Haufen hat. Bitte? Aber ich hoffe, dass wir die Erde noch rüberlaufen haben. Ne, mache ich heute Abend, wenn wir nicht mehr drüber laufen erst. Ich muss gar nicht gießen, es wird dort nachts regnen. Ah ja, dann brauchen wir gar nicht gießen. So sieht es jetzt aus. Also das hier wird eingesät und da oben das Podest auch. Versuchen wir mal, ob da was kommt. Jetzt kommen ja eher so die regnerischen Tage. Ein bisschen Gras kommt auch schon, wo es jetzt geregnet hat. Meine Hoffnung ist, wenn ich das jetzt so streue, das muss ja auch nicht voll gleichmäßig sein. Ich glaube, Gras vermehrt sich doch auch, oder Bernd? Gras vermehrt sich doch auch, oder? Ich glaube ja. Ja, im Badezimmer, oder in der Küche vorm Kühlschrank. Also nein, nimmst du da. Ich glaube ja, aber ich bin da. So, das geht schnell. Das ist wie Karneval, Kamelle schmeißen. So, Abreise, Smurphy, als ob er weiß, wo es hingeht. Ist nur ein Pieks, Eddie. Ist nicht der Chip. Der Chip war die Hölle. Da hat er geguckt, wie so eine Kuh, die auf die Schlachtbank muss, so ungefähr. Das tut richtig weh, glaube ich, dieser Kastrationschip. Ja. Winkel, winkel, Livia. Ja, die kommen gleich wieder, ne? Hast du die Einkaufsliste, Bernd? Supi. Ja. Möchtest du ein paar Weintrauben, Livia? Ne? Hier haben wir die roten. Ja oder nein? Nein. Unser Kräuterbeet hier, das sieht sich super aus. Hier, guck mal, der Basilikum, der hat Samen gesät. Kommt alles neu, Koriander und so. Kommt schon alles. Jetzt können wir winken. Guck mal, alle steigen ein. Ja, da ist auch Thymian, ne? Ja. Ja, wir haben aber auch was zu tun, hier. Bitte? Ach so. Ja, bis gleich. Tschüss. Wenn was ist, ruf an. Fahr vorsichtig. Papa kommt gleich wieder, ne? Mama. Mama. Ja. Ja, hier haben wir was zu tun. Wir haben nämlich ganz viel Pappe. Einmal hier von den Zirbendecken. Mama. Die ganzen Verpackungstüten, die riechen so gut nach Zirbe. So. Und ja, die müssen wir verbrennen, ne? Soll ich dich hochnehmen? Sollen wir eben winken? Komm. Wir winken eben noch. Da. Dem Calvino winken. Bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß. So. Winkel, winkel. Papa winkt. Tschüss. So. Papa. Ja, die kommen gleich wieder, ne? Ja. Ja. Wir machen jetzt Feuerchen, Vivi. Okay? Hilfst du mir? Ja. Mach das, ne? Wieder machen wir. Warte, stell dich mal hin. Möchtest du nicht auch was tragen zum Feuer? Prost. Ja, hier. So. Einmal Wasser für dich. Ja. Trink. Ich sag euch, ne? Ich rieche davon nicht genug von diesem Duft. Googelt mal Zirbel. Zirbel. Zirbe. Zirbe. Ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass das wirklich so wohltuend riecht. Und wenn ich daran denke, dass ich darin schlafen darf, freue ich mich sehr. So. Hast du es, Vivi? Soll ich das Glas nehmen? Oh nein, jetzt habe ich die alle verloren. Warte. Ich bringe erstmal das Glas weg. Komm mal her. Fertig? Ich glaube, wir müssen erstmal die Asche rausholen aus der Feuerstelle. So. Ja. Ich mache auch keinen großen Brenntag heute. Es geht nur darum, die Pappe zu verbrennen, weil wir wegfahren. Dass hier kein großer Müll ist, wenn wir unterwegs sind. Gestern. Weiß nicht. Vorgestern. Weiß nicht. Wurden die Mülltonnen nochmal abgeholt. Und, ähm, genau. Dass wir nicht so viel einfach hier liegen haben. Das nehmen wir alles mit, Livia. Genau. Zum Feuer. Wie macht das Feuer gleich wieder? Ja. Hier. Das nimmst du mit zum Feuer, Livia. Die Kleinteile. Ja. Ja, ja. Eine Schande, die zu verbrennen. So. Also hier die ganzen Rinden werde ich nicht verbrennen. Asche holen wir raus. Boah. Schaffst du die große Tüte? Klasse. Hier. Bringst du die zum Feuer? Soll ich die nehmen? Okay. Da kannst du auch reingehen, Livia. Pass mal auf. Hier. Guck mal. Oh. Da kannst du reinkrabbeln. Hier. Passt das? Oh. Warte, ich mach die auf. Ich mach auf und du gehst rein. Da. Wow. Wo ist die Livia denn? Kuckuck. Jetzt krieg ich dich. Gut. Riecht das gut da drin, Livia? Riecht das gut? Ja. Ja. Bleibst du da drin? Ich hole mal eben die Schaufel, ja? Gerade ist was passiert, sag ich euch. Wir haben ja hier immer den Sonnenschirm drauf. Den kleinen so einen für 10 Euro für Livia, wenn die am Sandkasten ist. Und dann kam eine Windböe, da ist er hochgeschossen und immer übers Haus, auf die Straße. Also wirklich bestimmt 40 Sekunden, eine Minute ist er hin und her geflogen, der Sonnenschirm. Livia vom Wind. Boah, da haben wir so Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Dass er nicht irgendwie auf ein fremdes Auto oder... Ach, Schande. Irgendwas passiert ist, mir ist jetzt die ganze Asche auf dem Fuß geknallt. Einmal für unseren Superkompost, der Kriski Asche. Ja, da ist ein Bilderbuch, ne? Ich habe jetzt ungefähr anderthalb Stunden mit Livia gebrannt, die ganze Pappe und noch ein bisschen von der Rinde weggebrannt. Und das war sehr, sehr heiß. Wir haben heute 30 Grad. Und das hat so lange gedauert, weil ich wollte das nicht so groß werden lassen, das Feuer. Ich habe immer gewartet, dass es erst abbrennt und dann wieder Neues draufgelegt. Ja, und jetzt genießen wir die Abendsonne. Was ist da, Livia? Siri? Gleich. Guck dir eben dein Buch an und ess deine Erbsen, Livia. Ja, einen Moment. Ich sitze jetzt gerade eben und trinke mir ein Wasser mit Eiswürfel. Ja, und das Murphy müsste jetzt beim Tierarzt sein, die Tollwutimpfung kriegen. Ich bin gespannt, wenn die wiederkommen, was Bernd auch sagt zu dem Tierarzt. Es ist ja das erste Mal, dass wir in Ungarn beim Tierarzt sind. Und die Wäsche läuft auf Hochtouren. Ich habe jetzt mit Trockner angemacht, weil das ist jetzt so Handtücher und so. Ja, es muss einfach schnell trocken werden. Und übermorgen geht es los. Übermorgen geht es los. Ich habe es gerade auf Instagram geteilt. Manchmal kann ich das immer noch nicht fassen, dass wir das wirklich durchgezogen haben. Dass wir ausgewandert sind, alles aufgegeben haben und dass wir jetzt die Freiheit wirklich genießen können und einfach für vier Wochen nach Kroatien fahren können, direkt ans Meer, an diesen wunderschönen Campingplatz. Meer. Meer, dass wir überwintern können in der Türkei, dass wir für ein halbes Jahr auf Reisen sind. Griechenland. Ich war noch nie in Griechenland. Ich freue mich da so sehr drauf. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Manchmal so, also man ist ja hier so in so einem Alltag natürlich auch drin. So, kennt ihr das? Also man möchte irgendwas haben oder irgendwas erreichen. Und wenn man das dann erreicht, dann ist das was ganz Besonderes am Anfang. Aber irgendwann ist man wieder auf demselben Level, es ist wieder normal. So hat Kalbino mir das erklärt. Der hat das irgendwo gelesen oder gehört. Irgendwann ist das alles wieder normal. Setz dich bitte hin, Livia. Und wenn wir dann aber wieder so eine große Veränderung haben, wir jetzt auf Reisen gehen, dann ist es wieder ganz präsent, dass es was ganz Neues und Besonderes ist. Wenn wir dann wieder zwei Wochen unterwegs sind, dann ist das wieder so alltäglich mit dem Wohnwagen unterwegs zu sein. Ach, ich finde es richtig schön, diese Abwechslung, dass man halt mit dem Wohnwagen unterwegs ist, aber auch mal hier ist und dann das genießen kann. Den ganzen Komfort von Platz und Garten und Zaun und sowas alles. Ja, ich kann euch einfach nur einen vorschwärmen. Mir gefällt es wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Ich habe es noch nicht bereut, dass wir ausgewandert sind. Ich habe nur einmal gedacht, wir haben wirklich einen Knall. Und zwar das war Anfang des Jahres, als wir frisch ausgewandert waren. Und dann lagen wir alle krank, flach und das Haus hier war nicht fertig. Wir waren halt in Ungarn, das Haus war nicht fertig und waren in der Pension. Und unsere Möbel und Sachen waren noch mit dem Umzugsunternehmen unterwegs. Boah, das war alles so ätzend. Ja, und so langwierig. Das war echt kacke. Da habe ich echt gedacht, tick tick tick, warum haben wir das gemacht? Aber sobald wir gesund waren, war alles wieder schön. Ja, wir haben Feuer gemacht da hinten. Wie macht das Feuer? Ja, wir machen immer Geräusche für alles. Genau. Ja, also ich trinke jetzt noch mein Wässerchen und warte mal, dass Bernd sich meldet. Und dann weiß ich nicht, ob ich heute noch weiter mache am Wohnwagen. Ich muss noch meine Sachen und Bernds Anziehsachen packen. Das mache ich aber glaube ich morgen. Und dann halt so final das Badezimmer. Das sind so Sachen, die nehme ich mit, die ich aber noch benutze. So wie meine Wimperntusche oder mein Selbstbräuner, den ich euch schon mal gezeigt habe. Die packe ich ja jetzt noch nicht ein, weil ich das ja noch halt jeden Tag benutze. Ich durfte unsere Sachen schon einräumen. Ich habe nur noch ein paar Sachen in der Wäsche, so ein paar Kleinigkeiten. Die mache ich dann morgen. Und Bernd hat jetzt noch eine Bolognese Soße aufgesetzt. Die ist da auf dem Herd. Und der packt jetzt schon mal den Dachgepäckträger. Da kommen so Tisch und Stühle und sowas rein. Campingtisch, Campingstühle. Ich räume dabei auf. Und genau, es wird jetzt schon dursterleicht. Wir haben gleich 19 Uhr. Es ist auch ein Gewitter angesagt für gleich. Mal gucken, ob da wirklich was runterkommt. Wäre ja super für die Grassamen. Dann. Oh. So. Hier noch Kaffee auffüllen. Für morgen früh. Zack. Wasser noch. Ist das auch erledigt. Dann gehen wir gleich in die Badepanne. Unser heiliges Ritual. Und dann ist der Tag gelaufen. Muss das Auto noch saugen? Ja. Das. Und das. Keine Ahnung, welchen Aufsatz. Wir machen das jetzt nur grob, haben wir gesagt. Einmal grob durchsaugen. Es blitzt schon draußen. Wir machen das ganze Wasser etwas mehr zu machen. Es ist schon sehr viel, ganz ehrlich. Das war die ganze Waffe. Wir machen das ganze Wasser. Wir machen das dann einfach noch mal verabschl 춤. Wir machen das ganze wieder. Es sind das ganze Wasser. Wir machen das ganze Wasser. Wir machen das ganze Wasser. Wir machen das denn wirst du. Boah, der ist so laut, der Trockner, sorry. Ja, ich wollte den Vlog nur noch beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in Alter Frischer. Tschüss.